Lektion 309 Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. Irgendwo heißt es im Textbuch, dass das Konzept von einem Einssein, also dass hier diese Verbundenheit in dem Ausmaß so sei, das übersteigt einfach unser Verständnis, weil wir da so sehr in der Dualität festhängen. Und so kommt mir das heute bei der Lektion vor. Denn wenn wir das so betrachten, dass der Kurs quasi die Antwort auf das Ego ist und hier steht, ich will mich nicht fürchten. Und wenn ich mir die vorherigen Lektionen angucke, dann kann ich mich doch gar nicht fürchten. Und warum sollte ich mich auch fürchten, nach innen zu schauen, wenn dort doch meine Unschuld mir gezeigt wird? Und das ist doch so wundervoll. Und wieso sollte ich mich fürchten, wenn ich dort meinen grenzenlosen Willen sehe? Und die Verbindungen, also das ist so für mich dieses nach innen schauen, ins Herzbewusstsein, das ist die direkte vertikale Verbindung, das ist direktes Ausdehnen dieser göttlichen Energie im Feld. Warum sollte ich mich denn fürchten? Und weil wir so ich behaftet sind mit der Körperidentifikation und das Ego ja auch da sein Unwesen treibt, ist es genau das, was ich mir heute für diese Lektion zeigen lassen will. Das ist nicht das Ich, wofür ich mich gehalten habe. Das Ego fürchtet sich, weil hier all das, wo das Ego dem Ganzen über den Körper, über die Formen, dem Wirklichkeit verliegen hat, und es sind wir ehrlich, es fühlt sich wirklich an, diese ganzen Zustände, oder? Und da ist die Furcht, da ist die Furcht, weil das Ego natürlich einen anderen Willen gemacht hat, der nicht wahr ist, weil das Ego Gott spielen wollte die ganze Zeit. Und weil das Ego dem Ganzen die Wirklichkeit verliehen hat. Und da gehe ich natürlich in so einer Meditation beispielsweise voll drauf ein, denn ich weiß nicht, ich habe schon echt ein paar Dämonen erlebt in so einer Meditation. Ja, so ein paar sehr, sehr störende Gedanken und Gefühle. Und es ist echt auch zeitweise nicht schön gewesen. Ja, und das ist diese Furcht. Das ist ja so auch dieses, das Ego dreht sich im Kreis. Ja, es will uns scheinbar beschützen, es tut so. Ja, und bindet uns in diese Sünde mit Einschuld, Angst und ja, und diese Schuld umfasst alles, weil die ja auch so kommuniziert wird, dass wir keinen Ausweg daraus haben, weil da gibt es doch diesen Strafen in Gott. Und unser Leiden wird nur durch den Tod beendet, oder? Also das ist das, was ich bis jetzt immer so dachte früher. Ja, also da gab es keinen Ausweg. Ich habe mir dann ganz viele Methoden und Tools angeeignet. Und das war immer wie so ein Ping-Pong-Ballspiel. Was angewendet, was wieder gemacht, ja, über das Ego-Mein natürlich. Das Ego will uns ja immer retten die ganze Zeit. Mit den besten Absichten natürlich. Und ja, so hüpfen wir durch diese ganzen verzerrten und gespaltenen Persönlichkeitsanteile, die sich da scheinbar auftun, und erkennen unsere wahre Identität nicht. Und das ist es, wo auch, glaube ich, diese Angst so groß, also die wird ja nicht größer, aber das scheint so, wenn wir dann in die Stille gehen, wenn wir nach innen schauen wollen, ich kenne das noch so, wenn ich dann gesagt habe, so, jetzt gehe ich nach innen, ne, okay. Ey, da waren um sieben Uhr morgens plötzlich die Fenster geputzt. Die ganze Wohnung und ich weiß nicht, ich habe alles gemacht, ich habe mich noch nicht hingesetzt und meditiert. Also da hat wirklich diese Fehlwahrnehmung so die Kontrolle übernommen, dieses Körperliche wurde so dafür verwendet, alles zu tun, nur nicht nach innen zu schauen. Ja, also es ist wirklich hier liebevoll dieser Ego-Gedanke, diesem Ego-Konzept, daran vorbeizugehen, raus aus dieser Albtraumwelt. Und an der Stelle nochmal, selbst wenn du gerade Liebe durch einen Partner erfährst, deine Kinder, Eltern, etc. und einen tollen Job hast und alles bei dir läuft, auch finanziell, so auf all den Ebenen der Dualität, was dir gesagt ist, das ist immer noch ein Albtraum im Vergleich. Im Vergleich dazu, keine Körper mehr wahrzunehmen, die Lichter zu sehen, die Freude grenzenlos, bedingungslos, immer den Geistesfrieden da zu haben und kein Mangel mehr in keiner Form, auch keine Angst mehr, wirklich keine Angst mehr. Ja, also die wahre Identität, die wir mit allen Teilen auch wirklich zu sehen, denn das ist es, was auch ganz, ganz oft vom Ego unterm Teppich gekehrt wird. Es ist ja alles gut. Ja, und da ehrlich hinzuschauen und hey, okay, dann frag dich mal, was wäre denn, wenn das jetzt nicht mehr wäre. Und da muss ja ständig eine Angst sein, weil da ist ja das Wissen von Vergänglichkeit, auch eben beim Ego. Und das Ego möchte natürlich nicht, dass mir jemand in die Karre fährt. Ja, oder die Hypothek fürs Haus nicht mehr bezahlt werden kann oder so, oder der Job verloren geht oder der Partner verloren geht. Das heißt, immer in der Abhängigkeit zu der Vergänglichkeit der Dinge, die Wirklichkeit verliehen wurde, natürlich ist da Furcht, ganz klar. Und daran gilt es halt vorbeizugehen, wenn wir nach innen schauen. Aber das sind nicht wir, die da wirklich Angst haben. Nicht unser So-Sein. Unser So-Sein freut sich. Ja, und da will ich meine Aufmerksamkeit hinlenken, um diese Hürde manchmal dann zu überwinden. Ja, nicht mit dem Ego-Mind in die Innenschau zu gehen, sondern wirklich da schon die Ausrichtung zu setzen, mit meiner Heiligkeit, ja, der Quelle selbst. Und mit meiner Erinnerung an die Schöpfung, da reinzugehen. Und zu wissen, da ist meine sichere Befreiung, ja, aus diesen nichtigen Träumen und der Sünde. Und das ist so. Das ist so, wenn du da angekommen bist, in diesem Herzbewusstsein, wirklich ganz tief, und es ist so, es ist keine Sünde mehr da. Es ist wirklich die ewige Unschuld. Und die dann durch und durch sich ausdehnen zu lassen, dass es ist. Und da immer mehr in diese Erfahrung zu gehen, in diese sichere Befreiungserfahrung, damit das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Zustand, dieser Geisteszustand, weil nur daran geht es ja im Erinnern, immer mehr, immer öfter diesen Geisteszustand zu erleben, dann sehen wir auch eben diese wahre Identität immer mehr und mehr. in allem und jedem. Und dafür, ja, Segen, Segen, Segen und auf all deinen Wegen, auf all unseren Wegen. Mein und dein ist wir und ein sein von allen. Amen.